Aber natürlich habe ich mich selber tierisch darüber geärgert. Aber Sie haben sich das Weihnachtsgeld ja auch selber genehmigt. Das muss man mal sagen, das ist der Bundesvorstand der Grünen, der das Weihnachtsgeld beschlossen hat, auch die Höhe. Das heißt, Sie haben sich selber sozusagen dieses Weihnachtsgeld ja genehmigt. Ja.